Boah, ich mein, die sind da seit... Wann hab ich das jetzt Play gestartet? Wann hab ich die zum ersten Mal gehofft? Und ich nehme mal Anfang 2012. Sind die da beschäftigt, die Wand einzureißen? Das ist schon krass. Und vor allem, dass ausgerechnet einer gleich so viel ausmacht, dann so BÄÄM! Ich helfe jetzt mit und sofort zerstört. Äh, ja, logisch. Ja vor allem, dann fangen sie plötzlich an extrem schnell gegen die Wand zu hauen. Ja. Sobald der so letzte da ist. Oh, jetzt wird's jetzt spannend. Hallo, da ist jemand da! Tööööö. Irgendwie schon das Viech ein bisschen, das hab ich mir schon beim ersten Mal gedacht, wo man das gesehen hat. Das Viech, was da immer so bringt. äh, zum zeigen eben, dass da jetzt was ist, schaut voll seltsam aus. Echt, meinst du? Irgendwie so unfertig animiert. Das ist ja nicht animiert. Ja, unfertig gezeichnet irgendwie. Und ich finde immer noch, das schaut irgendwie immer noch cool aus. Das sieht richtig cool aus, ja. Auch irgendwie die Hände so riesig einfach mal werden, wenn man die Handschuhe verwendet. So, Wand, irgendwo. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ich würde sagen, nein. Skill. Ich mach hier die Turbo-Taste an, deswegen. Ich hab keinen Bock abständig. Ah, drück, drück. Drück. Oh, ne Trüe. Oh, ne Kiste, oh my God. Pass auf, pass auf. Ich sag's dir, mysteriöse Muscheln. Was, was sagst du? Rotes, rotes Glücksfragment. Oh, ich hab keinen Bock. Ja, 50 mysteriöse Muscheln. Das bringt einen natürlichen Spielgeschehen sofort weiter. Ja, muss man schon sagen. Hier unten noch was sieht nicht so aus. Oh, rotes Glücksfragment. Jetzt hat er aber. Ja. Nichts. Noch mehr Sachen, die man gut gebrauchen kann. Oh, oh, oh. Oh, ein blaues. Das ist ja schön. Irgendwie, an sich bin ich es immer noch von irgendwelchen anderen Spielen gewohnt, dass so, ähm, Grüne am häufigsten vorkommen. What? Alter, der, der Part ist ja wirklich, der, der bringt's ja zu was. Warum kann ich hier ins Wasser? Achso. Ne, okay, falls man hier außerdem ins Wasser fallen sollte, kann man hier wieder hoch. Weil man ja aus irgendeinem Grund, Link kann sich nicht an diese 10 cm hohe Dinge in diesen Abstürzen, das ist ein Abstützen, es geht halt nicht. Link ist leider ein Schwächling. Poppt der gerade das Land? Oh, ja, 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 jetzt ist er gekommen. Und hier nochmal. Ey, Link, du bist ein Schwein. Irgendwie der Gesichtsausdruck selten. So ganz konzentriert, so, ja. Das hier ist auch lustig. Turbofeuer mit den Schuhen. Oh, vor allem die Mütze schwebt ja auch. Ja. Ich film mir jetzt die ganze Zeit nur noch sofort. Ey, das wär so geil, wenn man damit auch, äh, so, äh, kannst du auch mit der Animation übers Wasser laufen? Ich glaube nicht. Warte. Das, das wär geil. What the fuck? Was? So, hä? Ja, B-Taste ist halt gerade die Pegasusstiefel, dass sie auch tauchen. Oh. Köpper. Link. Die alte Tauchrate. Auch, äh, Link kann ja nicht unter Wasser sterben, nicht? Nein. Aber er kann nicht lang, er kann nicht ewig tauchen. Echt nicht? Ne. Oh, Loser. Wird spannend. Ja. Oh. Ich bin der Heiligeling. Das müsste man jetzt echt mit so einer Kirchenmusik so, ähm, untermalen. Das wär jetzt... Ja. Du kennst doch diese, ähm, gregorianischen Gesänge immer. Ja. Die es da manchmal so gibt. Das wäre jetzt also perfekt als Unterlegung. So, was wollen denn? Grab Tabanta. Was? Grab Tabanta. Schwertmeister. Ich hab ja jetzt alle Schwertrollen, ne? Sput. Eine fehlt noch. Ja, aber das ist die vom Übermeister. In der Welt von Tabanta. Im Grab. Äh. Äh, nanana. So. Voll die Folterung eigentlich von dem Vogel. Schon. Der ist ein Minivogel. Der ist winzig klein. Naja, aber erinnert mich irgendwie an Pokémon. Aber Moment, da müsste ich doch damit drüber kommen, oder? So mit Turbofeuer. Ne, komm ich nicht. Oh. Schade. Doch, da kommst du jetzt wieder raus. Ja, ja, raus komm ich da schon wieder. Das macht Sinn, ne? Ja, das ist geil. Dieses Rätsel mit dem, diesen glücklich macht Viechern, das gibt's irgendwie auch in jedem, in fast jedem Zelda-Teil, oder? Hm, irgendwelche leblosen Dinge glücklich zu machen. Ja. Ja. Weil ich weiß noch, das gab's auch bei dem Phantom Hourglass, da gab's so ein Eistempel. Und da gab's dann auch so Viecher, wo man den Mund so nach oben verschieben musste, dass sie so ausgeschaut haben, als wären sie glücklich. Okay. Und erst dann ging's weiter. Also, auch an sich, äh, tust du eigentlich auch Phantom Hourglass, äh, irgendwann bei Let's Plane? Mal gucken. Weil das wär, äh, ein bisschen Scheiß mit der Steuerung. Hm. Weil das wär echt ein geiles Spiel. Vor allem, ich hab das damals so gefeiert einfach nur. So. Ich bin Magnus der Erste. Der Größte in aller Zeiten, wie halt jeder immer das sagt, ne? Jeder sagt immer, der wäre der größte Wertmaster. Vor allem, das ist, deshalb ist er tot, weil er da kurz ist. Er ist so großartig gewesen. Das Training bei mir, das ist einfach mal unvergleichlich, ne? Also, ich meine, jetzt mal, das kann man einfach nicht. Ich meine, hier, FC Bayern ist nix gegen mein Training, ne? Ja. So, ein besseres gibt es nicht. Da hätte der FCN mal trainieren müssen, verdammt nochmal. Bei Magnus dem Ersten. Ah, scheiße. So denn, ich werde dich die höchste Schwertechnik lernen, die große Wirbelattackvollen. Nice. Ohoho. Äh, drücke wiederholt den Knopf, es ist vollbracht. Bla, 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 ist der Ablauf. Ja. So, so, du glaubst du, es ist eine die Ohrekunst vollbracht wird. Nun, Schwertechnik muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Du sollst nun... Sechs-Puppe. ...sein. Du sollst nun Sechs-Puppe sein, die Technik eigenmächtig ausführen. Nun, also, die Sechs-Technik von Magnus. Sechs-Puppe-Technik. Magnus dem Ersten. Sehe und staune. Eins, zwei, drei. Sechs-Puppe sein Mal. Ach ja. Rein und wieder raus. Reibungslos. Reibungslos. Oh. Nun, nein, so denn, nun sollst du es selbst versuchen. Jetzt mach, jetzt mach sie endlich selber, okay? Ich muss voll aufgeladen sein. Eigentlich nicht, aber will ich einfach. Wow. Irgendwie, die geht doch länger, oder? Ich mein, ich weiß, dass es noch einen Magnus-Typen gibt, der zwar keine Technik erlernt, aber Techniken verbessert. Wie zum Beispiel auch diese große Wirbelattacke, dass die länger geht. Aber die geht doch länger als nur so, oder? Ja. Ah, okay, das wäre schon ein bisschen lame gewesen. Okay, und wenn du dann die große Überwirbelattacke hast, also wenn du die verbessert hast, dann geht das so lang, und dann ist das saugeil. Ja. Das ist ja auch noch so geil. Irgendwie an sich, die Wirbelattacke hat man ja in dem Teil jetzt halt relativ spät bekommen, im Vergleich zu eben Phantom Hourglass. Weil, äh, da musste man ja eigentlich nur an diese Insel gehen, und dann dem einen Typen da die Wünsche da erfüllen. Und dann hat man die Rolle bekommen. Die große Wirbelattacke, ach so, ja. Ja. Aber die große Wirbelattacke, war das nicht in Phantom Hourglass nicht optional, sondern für die Story wichtig? Das weiß ich nicht. Ich dachte, das war doch auf der letzten Insel, oder? Äh, das glaube ich nicht. Das war auf einer eigenen Insel, wo so ein Typ mit einer Marone, da musste man dem, also ich weiß nicht, da muss man natürlich zwei Sachen machen, und die eine Marone bringen. Genau, die Marone, ja. Der Romantiker. Der irgendwie seine Frau und sein Kind in den Stich lässt, und in die alte Welt rausfährt, irgendwie. Ja, sehr, sehr nett. Das ich nie verstanden habe, weil eigentlich ist er, kommt ja irgendwie sympathisch rüber, aber ständig im Gedanken zu haben, dass er seine Frau und sein Kind alleine auf der einen Insel zurückgelassen hat, ist einfach nicht. Nein, das ist nicht sympathisch. Das ist so ein bisschen, äh, irgendwie schon leicht asozial. Und nur ganz leicht. So, hier. Auch an sich so, äh, diese ganzen Inseln, die es damals gab, wo man irgendwie so optionalen Scheiß machen konnte, der auch Spaß gemacht hat. Das Labyrinth, oder was? Das war dieses eine da. Ähm. Oder auch diese eine Insel, wo du einfach mal die Karte zeichnen musstest. Ja, und dann musste man ja auch, die muss man ja zeichnen, weil man sonst nicht in den Tempel reingekommen ist. Ja. Das war schon saugeil. Aber was mir an dem echt nicht gefallen hat, war echt dieser Meerestempel. Ich war, das, ich, boah, das, ich hab das so gehasst immer, wenn ich da rein musste. Ja, ich war schon nervig. 100% richtig nervig. Und man musste so oft da rein. Wow. Zu diesem Wind mal reisen. Ja, Weitschoss-Medaillen für das Schwert ist jetzt nicht mehr möglich, ne, weil wir können keine Strahlen mehr schießen. Was? Ist ja lame. Ja, geht leider nicht mehr. Dann kriegst du es aber nicht in Diamant. Stimmt schon. Ähm, muss ich mal gucken, äh, ob ich irgendwo eine gute Stelle finde, um Doppelabschüsse zu boosten. Mh. Au. Ja, muss man jetzt... Vergeltungsmedaille. Ja, aber Blutrinds, ich kann es jetzt schon mal nicht mehr bekommen. Ja, stimmt. Ja, mit Diamant kann ich ja, äh, nur bekommen, wenn ich die anderen hier auch auf Gold kriege. Dann muss ich die Flöte ja ungefähr 30.000 Mal spielen. Mhm. Wird schon nervig. Hier, gebe 10 Blowjobs. Ähm. Sauge, sauge 10 Viecher rein. Ja. Ich hier renne 10.000 Mal gegen die Wand. Und mit der Lanterne musst du dann halt Gegner blenden und dann töten. Oder laufe eine gewisse Distanz, ohne gegen eine Wand zu rennen. Das wäre eigentlich ein Gott. Hier geht es ganz gut, denke ich mal. BAM. What? Okay, ich dachte, er knallt jetzt irgendwie gegen die Klippe. Ja, aber das ist eine unsichtbare Wand. Mhm. Aber er macht einfach mal einen Hechtsprung ins Wasser. BAM. Verkackt. Ich muss jetzt zum, äh, Waterfall. 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 Ja. Ja, wie sieht es aus. Der alte Waterfall. BAM. In den Arsch. Oh, oh, das sind zwei. Oh. Und einfach mal gekonnt, ausgewichen. Ja, richtig geil, ne? Übelst auf. Dodging Skills. Ähm. Das sind, das Newtuber unterwegs aufpassen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, ich muss schon sagen, da fehlt mir auf jeden Fall noch was, weil da kann ich nicht rein. Hm. Es ist aber auch eine andere Mauer, oder? Weil die ist jetzt so zu grauen, die Arme und erfreuen. Ah. Nein, nein. Oh. Oh. Voll die, voll die Durchs. Sieh, meine, meine Aus... Ja, das sind echten Loops, ey. Ja, okay, die Schuss auch... Aber die haben schon einen One-Man-Army, oder? Weil die ja ständig wieder hier, ne? Ja. Ja. Und Plünderer haben sie, weil die müssen ja jemanden töten damit. Siehst du? Ja. Aber die... Sie bleiben stehen und die können sich... Aber sie spielen anscheinend zu viel Black Ops 2, weil von der Genauigkeit der Newtubes... Ja, stimmt. Äh, es kann auf jeden Fall keine Detail sein. Kann ich blut, muss ich schon mal verkacken. Achso. Äh, einfach mal... Das ist halt diese scheiß Lag-Compensation, weißt du? Ja, die ist echt... Die Fledermäuse, äh... Das müssten sie echt mal patchen, weil das ist einfach nur asozial. Ja, weil die Fledermäuse, ich mein, die, äh, kennen irgendwie One-Hit. Ja. Man selber hat hier so 30.000 Hitmarker, bevor man da irgendwie mal eine Fledermäuse zurückkriegt. Ja. Und... Oder sie machen halt wirklich... Äh, man bekommt nicht mal einen Bloody Screen mehr bei dem Spiel. Das ist richtig asozial. Wirklich, also das fehlt mir bei dem Spiel. Ein Bloody Screen. Ich mein, der ist so real. Jetzt hätten sie schon einfach. Hm? Oh, oh, oh. Ah, wieder daneben. Oh, goldenes Viech. Skill. Und ich könnte sogar Rubine gebrauchen. Was war denn das gerade für ein Ausrufezeichen? Oh, keine Ahnung, von so einem Viecht, was entdeckt wurde. Oh, fuck. Ey, der ist mir echt über. Ich mein, boah, scheiße. Boah, so ein bisschen. Ja, der hat, der hat halt Zielsucher, weißt du. Boah. Ja, und mit der, äh, Dingens natürlich. Und Schalldampfer manchmal so, zum Teil auch noch. Ja, vor allem, ey, das Marathon, was der anhat. Juggernaut, ich mein... Und Leichtgewicht. Eigentlich haben sie ja Juggernaut entfernt, ne? Aber der hat sich zurückgehängt. Tja. Ne, der hat einfach, äh, einen Leckswitcher. Ja, und das Bunnyhopping von dem geht mir so auf den Geist. Da hat ein Leckswitcher drin. Ah, oh mein Gott, da hab ich ihn klack gemacht. Oh, was kann ich sein ganzes Geld ab, äh, ausgegeben? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht mehr.